so ihr lieben ja und wir kommen zur nächsten folge für nasche die welt und zwar diesmal aus den schönen amerika weiter geht's nach dem intro soja wir hatten aber letzt mal schon die erste box aufgemacht und jetzt diesmal haben wir die aus amerika auserkoren nach unseren streng geheimen auswertungssystem das heißt beim letzten mal wir haben die gleichen sachen an die gleichen haare nehmen wir jetzt halt jetzt danach auf das sind unsere youtube geheimnisse hör auf alles aus zu planen plaudern hier so ja vorweg kann man bei letzter total vergessen wenn er uns ja wenn er uns unterstützen wollt könnt ihr gerne ein kostenloses abo waren kostet nichts kostet nur ein klick genau beim letzten mal war gerade aber natürlich bock auf uns habt ansonsten braucht da kein abo machen und leid nicht vergessen und kommentieren genau und das letzte mal war gerade ja ich weiß ja gar nicht so also amerika und natürlich genauso wie war letztes mal also vorhin für uns wir holen eins nach den anderen raushalte sagen die alte dreht schon wieder komplett andere sicherungsgassen hier ist ja richtig voll da ist aber drinnen was wir schon hatten und zwar die hier die brauche ich kopieren kopieren die brauche ich probieren die brauche ich probieren die haben nicht schmeckt okay alles klar die schmecken sehr lecker aber auch nicht wieder aufmachen die haben wir auch gerade jetzt genau und hier steht es ja noch hier ja schade ja schade oh gott und diese dinger die auch nicht geschmeckt haben sind auch dabei dabei ja ist natürlich sehr ärgerlich mehr er sieht auf jeden fall dass wir nicht geprobt haben hier ja jetzt mal finden wir neu ist okay ich glaube der recht ist alles neu alles klar dann legen wir jetzt mal los mit den neuen sachen schade naja machen der cracker jack nach so ein bisschen aus dem popcorn 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 peanuts steht hier drauf da und da wahrscheinlich so nussbutter oder sowas lecker komischer geschmack aber lecker kann man auf jeden fall empfehlen so weiter geht's machen wir noch was das denn her skrink 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 den um riecht nimmk aber komisch ein bisschen wie knete zu tun da ist doch so ne komische tüte drin bei konnten mäßig also da ist noch der senf das mal drauf drücken und dann platzt es auf da steht ja aus salzagetti oder so war ein bisschen scharf die schmecken aber ekelhaft ja wie kann man so schnüre verhauen mein körper denkt bestimmt auch was das denn wir müssen das ja auch hier mit essen du bist langweilig das einmal vom tisch ich ziehe drüber aber so ein tisch genau aber in dem und damit was sagen die geschmacksnerven schmeckt geschmacksnerven haben wir gleich mit anderen auf einen ins gesicht also die kann man so perverse ideen das ist keine süßigkeiten box ist eine folter box ist das doch der brownie oreo so was hatten wir schon mal in der box oreo brownies ja irgendwo hat man schon mal ja ich kann mir erinnern da war ganz lecker war ja auch so ein riesenteil das ist genau das wir schon mal hatten ja hatten wir schon mal so einen kuchen ja ja ein brownie kuchen ich schneide hier mal durch jeder ein kleines stück ja ein kleines stück mein körper kriegt einen zucker schock heute jeder so ein kleines stückchen bittschön riecht der schon mal lecker obendrauf ist auf jeden fall so oreo gekrümelt mhm 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 Kinder bei murder die nächste box machen wir heute nicht mehr auf boah boah das ist so süß boah Simba was machstja da wo man die hütte aufreißen Simba komm her her für mich ist die süßigkeit ist nichts so alles Kad Việt ich will mein�ım wir sind so einfach ritz bitz ritz bitz so ganz kleine so ja du kriegst der weiß nicht wie so kleine prinzen rollen mit weißen hinein coole kombi aufbewahren ausgesprochen wird ich würde sagen so weit wie smart ist das einfach so kleine kugeln so mit so einer rauen oberfläche und von innen weiß ja mit grape lemon strawberry und orange als geschmacksrichtung orange jetzt meine kugel das letzte schiss gehabt drauf zu beißen wenn sie so hart aussehen auch von innen sind ganz weich wie cool ne coole kombi so und was hat er berryblast mike and bite mike and like mike and ike da steht mike drin unser sohn heißt auch mike berryblast ok geschmacksrichtungen sind white berry blue raspberry strawberry blueberry und peach berry ok das sind jetzt Sachen aus amerika ne ja sehen aus die zäpfchen oben rein schon hier unten rein machen das ist nicht so süß sieht wirklich aus wie zäpfchen auf die backe gebissen so so guter lächst haben wir noch fanta food truest habe ich noch nie ertrunken so sachen zu essen die komplett von woanders herkommen made in gb ist das ist amerika aus großem so eine multivitamin fanta ist ja wirklich keine limo ja doch limo ja multivitamin limo so trinken ja ganz lecker ich finde es voll cool so sachen so zu probieren ist nur voll schade wenn dann natürlich drei sachen erst mal am anfang sind die alle gleich sind naja so ist das wir haben wir gespürt auf die letzte box aber das seht ihr in den nächsten video war glaube ich aber jetzt nicht mehr weil ich glaube das reicht für euch süß soll ich auch nicht mehr essen heute habe ich hier noch so süß ich esse keinen süßen heute so alles klar bis zum nächsten mal wie gesagt am anfang abo da lassen liken nicht vergessen kommentieren und am ende kommt noch ein kleiner sketch irgendwann neu produziert haben bevor das video rauskommt tschüss 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 tsch Abou, Abou! Abou, Abou! Ah, ich will noch ein Video schon! Ah, cool!